In den folgenden Minuten erfährst du, wie du im Worksheet Crafter die vorhandenen Materialien wie Bilder, Sounds, Texte und Schriften findest und in deinen Worksheet Crafter herunterlädst, diese verwendest und wie du eigenes Material hinzufügen und organisieren kannst. Wir zeigen dir auch, wie du schnell passende Fotos und Cliparts in den integrierten Bildergalerien von Open Clipart und Pixabay findest und anwendest. Illustrationen, Texte, Sounds und Schriften – Suchen und Finden im Worksheet Crafter Ein kurzer Überblick über die Unterschiede von Materialsuche, Materialbörse, Materialverwaltung und der Bibliothek. Die Materialsuche ist der integrierte Dateimanager für Bilder, Texte und Sounds. Nach der ersten Installation deines Worksheet Crafter ist die Materialsuche noch leer. Deshalb werden dir beim Start Materialzusammenstellungen zum Download angeboten. Über das Menü Tauschbörsen kannst du auch später jederzeit Materialzusammenstellungen herunterladen. Oder du lädst ganz gezielt einzelne Materialpakete aus der Materialbörse herunter. Die Materialbörse ist unsere in den Worksheet Crafter integrierte Plattform, auf der wir regelmäßig neue Themenpakete zum Download für dich anbieten. In der Materialbörse findest du auch weitere Informationen zu Inhalt und Umfang der einzelnen Pakete. Pakete können Bilder, Texte, Schriften und Sounds enthalten. Sobald du Material aus der Materialbörse geladen hast, steht es dir für die Nutzung in der Materialsuche zur Verfügung. Interessant könnte für dich auch die Materialpakete Verwaltung sein. Sie gibt dir eine Übersicht über die bereits installierten Pakete, die noch nicht installierten, die im aktuellen Dokument verwendeten Pakete, zeigt verfügbare Aktualisierungen und so weiter. Fehlende Pakete und Updates kannst du auch direkt hierüber installieren. Last but not least findest du auch in der Bibliothek immer alle Texte aus deinen bereits installierten Materialpaketen. Die Bibliothek bietet dir verschiedene Filtermöglichkeiten. Du kannst den gesamten Text prüfen und bequem auch nur Teile daraus ins Arbeitsblatt einfügen. Geladene Schriften findest du nicht in der Materialsuche, sondern im Schriftenmenü. Für Schulschriften haben wir einen eigenen Bereich eingerichtet. Zusammenfassung Die Materialsuche ist der integrierte Dateimanager für Bilder, Texte und Sounds. Du kannst ganze Materialzusammenstellungen wählen und einzelne Pakete aus der Materialbörse laden. Über die Materialpaketverwaltung kannst du Aktualisierungen starten, Pakete entfernen und mehr. Alle geladenen Texte findest du auch immer in der Bibliothek, die dir weitere Möglichkeiten bietet. Geladene Schriften findest du hier. In diesem Kapitel geht es um das gezielte Suchen und Finden von Material in der Materialsuche und in Online-Bildergalerien wie OpenClippArt und Pixabay sowie in Metacom ab Version 8. Hast du Material als Zusammenstellung oder einzelne Pakete aus der Materialbörse geladen, wird in der Materialsuche meist das zuletzt geladene Paket angezeigt. Über das Ausklappmenü wechselst du in andere bereits geladene Materialpakete, hier Kategorien genannt. Bei Eingabe eines oder mehrerer Suchwörter wird aber immer in allen installierten Paketen Schrägstrich Kategorien gesucht. Wenn du möchtest, auch in nicht installierten Kategorien. Aber dazu später mehr. Der Begriff Fahrrad liefert mir viele Bilder, einige Texte und Sounds. Alle diese Treffer sind mit dem Schlagwort Fahrrad versehen und befinden sich in unterschiedlichen Materialpaketen. Illustrationen kannst du farbig, schwarz-weiß und als Umriss nutzen, wobei nicht alle Grafiken alle Zeichenstile unterstützen. Du solltest diese Auswahl treffen, bevor du ein Bild auf das Arbeitsblatt ziehst. Ein nachträgliches Umstellen ist in den Einstellungen des jeweiligen Bildes aber möglich. Zu den Einstellungen eines Bildes, das bereits im Arbeitsblatt ist, kommen wir in einem anderen Kapitel. Sind dir die Vorschaubilder zu klein, nutze den Vergrößerungsbutton, um die Ansicht umzuschalten. Bei Texten schaltest du damit die Vorschauzeilen aus und bei Sounds die Wellenform. Du kannst auch direkt in den Kategorien stöbern. Im Ausklappmenü werden dir alle geladenen Materialpakete angezeigt. Klickst du ein Bild an, erscheinen unten die zum Bild hinterlegten interaktiven Stichwörter und gelb hinterlegt die jeweilige Kategorie zum Material. Mit einem Klick startest du die Suche nach Fahrradteile. Auch mit einem Rechtsklick kannst du die Kategorie, also das Materialpaket, aufrufen, in dem das Bild, der Text oder der Sound enthalten ist. Mit einem Klick auf Verwandtes Material suchen kannst du die Suche verfeinern. Neben dem Suchfeld und der Kategorien-Ausklappliste befinden sich weitere wichtige Button für das Suchen und Finden von Material. Ist der Button mit dem Paketsymbol und der Lupe aktiv, wird nicht nur das bereits geladene Material durchsucht, sondern auch das Material, das du noch nicht geladen hast. Das erkennst du in den Suchergebnissen an dem Paketsymbol mit der Lupe. Diese Bilder schlummern noch in unserer Materialbörse. Möchtest du so ein Bild auf dein Arbeitsplatzieren, musst du es zunächst aus der Materialbörse laden. Um es dir so einfach wie möglich zu machen, ist es nicht nötig, die Materialbörse zu öffnen, sondern du kannst das Bild samt dem dazugehörigen Materialpaket direkt über diese Schaltfläche herunterladen. Das Materialpaket Fahrzeuge und Verkehr mit dem gewünschten Bild ist geladen und du kannst es auf das Arbeitsblatt ziehen. Das gleiche Prinzip gilt auch für Texte und Sounds. Bei Texten sind nicht geladene Texte ausgegraut und sie werden dir unten zum Herunterladen angeboten. Um die Suche nach passenden Texten noch weiter zu verfeinern, haben wir alle unsere Texte kategorisiert. Jeder von uns verfasste Text ist einem der folgenden Typen zugeordnet. Lesetexte, Sachtexte, Versuchsanleitungen, Textaufgaben, Gedichte, Rätsel und Materialpaket-Anmerkungen. Du kannst den Vorschau-Text ein- und ausblenden. Per Schlagwort startest du die Volltextsuche. Alle geladenen Texte findest du auch immer in der Bibliothek, die du mit einem Doppelklick auf den Text öffnest. Die Bibliothek findest du auch immer über das Menü Deutschaufgaben. Sie bietet dir viele praktische Filtermöglichkeiten. Du kannst den gesamten Text überprüfen und auch nur Teilbereiche des Textes auswählen und in dein Arbeitsblatt übernehmen. Ein Tipp für dich. Sobald ein Text fällt, der Text selbst oder ein anderes Element auf dem Arbeitsblatt angeklickt, also markiert ist, werden in der Seitenleiste die dazu passenden Einstellungen und bei Texten auch Übungen eingeblendet. Die Materialsuche wird dadurch nach unten geschoben und kann aus der sichtbaren Oberfläche rutschen. Klicke dann einfach neben ein Element oder auf diese kleinen Symbole in der Titelleiste der Einstellungen, um die Materialsuche und andere Einstellungen zu vergrößern oder zu verkleinern. Das Thema Sounds besprechen wir ausführlicher in einem eigenen Kapitel. Nur kurz, Sounds lassen sich nur auf interaktive Arbeitsblätter anwenden. Ist der Button mit der kleinen Weltkugel aktiv, wird deine Suche nach Bildern auch auf die kostenlosen Online-Bildergalerien Open Clip Art und Pixabay ausgeweitet. Du erkennst sie an der kleinen Wolke mit der Pipeline unten dran. Die Bilder und Illustrationen sind rechtlich unbedenklich, du kannst sie für alles nutzen, ohne Quellenangabe. Open Clip Art ist eine englische Webseite. Suche deswegen auch mit englischen Begriffen. Ergibt die Suche viele Treffer, werden dir nicht alle Bilder auf einmal angezeigt. Klicke auf Mehr Bilder laden, um weitere Bilder anzeigen zu lassen. All diese Bilder stehen dir auch als Schwarz-Weiß-Variante zur Verfügung. Sobald du ein Bild auf dein Arbeitsblatt ziehst, wird es hoch aufgelöst vom Server heruntergeladen. Metacom ab Version 8 Hast du die Symbolsammlung Metacom ab Version 8 installiert? Dann findest du die Metacom-Symbole automatisch auch in der Materialsuche unterhalb der Worksheet Crafter-Kategorien. Zusammenfassung Zusammenfassung Du lädst Material als große Zusammenstellungen oder als Einzelpakete aus der Materialbörse. Die Materialsuche ist ein interner Materialmanager und verwaltet Illustrationen, Texte und Sounds. Du kannst mit Stichwörtern suchen und Kategorien durchstöbern. Ist der Paket-Button mit Lupe aktiv, wird auch in Materialpaketen gesucht, die du noch nicht heruntergeladen hast. Bevor du die Bilder auf das Arbeitsblatt ziehen kannst, musst du das Materialpaket herunterladen. Ist die Weltkugel aktiv, wird auch in den Online-Bildergalerien gesucht. Hier schaltest du zwischen Bildern, Texten und Sounds um. Viele Illustrationen stehen farbig, schwarz-weiß und als Umriss zur Verfügung. Hier schaltest du die Ansicht um. Stichwörter, sogenannte Tags, sind interaktiv. Über einen Rechtsklick kannst du unter anderem die Suche verfeinern. Klicke hier, um Einstellungsfelder auszublenden, um mehr Platz für andere zu haben. Du kannst auch eigene Bilder und eigene Sounds zum Worksheet Crafter hinzufügen und organisieren. Wie das geht und wie du Bilder, Sounds und Texte im Worksheet Crafter nutzen kannst, erklären wir dir in weiteren Kapiteln. Eigenes Material hinzufügen und organisieren. Du kannst auch eigenes Material wie Bilder und Sounds der Materialsuche des Worksheet Crafter hinzufügen. Eigene Texte kannst du nicht hinzufügen. Lege zunächst eine eigene Kategorie über die Schaltfläche mit dem Ordner und Plus-Symbol an oder im Bereich Eigenes Material neue Kategorie anlegen. Nur wenn du in einer eigenen Kategorie bist, erscheinen unten diese Schaltflächen. Du kannst nur deine eigenen Kategorien umbenennen, löschen, einzelne Bilder entfernen und neue hinzufügen. In Kategorien aus der Materialbörse geht das nicht. Entfernst du ein Bild, wird es nur aus dem Worksheet Crafter gelöscht. Auf deiner Festplatte bleibt es erhalten und du kannst es jederzeit wieder hinzufügen. Das gleiche gilt für Sounds. Wähle eine eigene Kategorie und klicke die Schaltfläche Sounds anzeigen an. Unten erscheinen die Schaltflächen, um deine eigene Kategorie zu bearbeiten und um Sounds dieser Kategorie hinzuzufügen oder zu entfernen. Hallo liebe Kinder, heute ist ein guter Tag zum Rechnen. Beachte bitte, dass Sounds nur auf interaktiven Arbeitsblättern für Tablets angewendet werden können. Dazu mehr in einem weiteren Kapitel. Mit einem Rechtsklick auf ein eigenes Bild oder eigenen Sound kannst du es im Worksheet Crafter selbst umbenennen und es auch mehreren eigenen Kategorien zuordnen. Das geht aber immer nur mit eigenen Bildern und Sounds, in eigenen Kategorien, nicht mit Material, das du aus der Materialbörse geladen hast. Möchtest du Bilder im Arbeitsblatt nur einmalig nutzen und nicht zur Materialsuche hinzufügen, kannst du eine Illustration per Drag & Drop direkt aus deinem Dateimanager auf das Arbeitsblatt ziehen. oder du nutzt das Grafikfeld und wählst ein Bild aus. Extra Tipp! Auch das Anlegen von mehreren Kategorien in einem Rutsch ist möglich. Um den Rahmen hier nicht zu sprengen, findest du die Anleitung in unseren FAQs unter 6.7. Zusammenfassung Du kannst eigene Ordner, Kategorien anlegen und eigene Bilder und Sounds hinzufügen. Du kannst eigene Kategorien und Bilder sowie Sounds umbenennen und auch wieder aus dem Worksheet Crafter löschen. Auf der Festplatte bleibt das Material aber immer erhalten. Du kannst eigenes Material auch mehreren eigenen Kategorien zuordnen. Du kannst Bilder auch direkt in dein Arbeitsblatt einfügen. Bei Sounds geht das nicht. Klicke hier, um Einstellungsfelder auszublenden, um mehr Platz für andere zu haben. Wie du mit Bildern, Sounds und Texten auf dem Arbeitsblatt arbeitest, zeigen wir in weiteren Kapiteln. Arbeiten mit Bildern auf dem Arbeitsblatt. Eigenschaften ändern, zuschneiden, drehen, färben, gruppieren und vieles mehr. Wie du nach der ersten Installation Material in die Materialsuche laden kannst und wie du auch eigenes Material hinzufügen kannst, haben wir in einem anderen Kapitel zur Materialsuche gezeigt. Zunächst ein Tipp zur Seitenleiste. Ist dein Bildschirm zu klein und wird deswegen die Materialsuche fast aus dem sichtbaren Bereich deines Monitors geschoben, kannst du Einstellungsfelder mit einem Klick aus- und wieder einblenden. Fährst du mit dem Cursor langsam über diesen Rand, kannst du auch die Breite der Seitenleiste mit der Maus ändern. Viele Illustrationen stehen in drei Farbstilen zur Auswahl. Wähle einen vorab aus. Material ziehst du mit der Maus aus der Materialsuche an die gewünschte Stelle ins Arbeitsblatt oder per Rechtsklick in Arbeitsblatt einfügen. Ist die Schaltfläche mit dem Paketsymbol und der Lupe aktiv, werden dir bei einer Suche auch Bilder aus der Materialbörse in einer Vorschau angezeigt, die du noch nicht geladen hast. Beachte, dass du Bilder mit dem Paket- und Lupensymbol nicht auf das Arbeitsplatz ziehen kannst. Du musst sie vorher mitsamt des Materialpakets herunterladen. Bilder aus einer Online-Datenbank kannst du direkt auf das Arbeitsblatt ziehen. Sie werden nach dem Einsetzen vom Server des Anbieters in hoher Auflösung geladen. Mehr zu Online-Bildergalerien im Kapitel Suchen und Finden. Und Sounds kannst du nur auf ein interaktives Arbeitsblatt für Tablets ziehen. Dazu aber mehr im Kapitel Sounds. Alternativ kannst du Bilder auch direkt aus deinem Dateimanager auf ein Arbeitsblatt ziehen und Bilder über das Grafikfeld suchen und einfügen. Das ist dann nützlich, wenn du ein Bild nur einmal nutzen möchtest und es nicht in der Materialsuche für weitere Verwendung gesichert werden soll. Eigenschaften von Bildern im Arbeitsblatt Ist ein Bild platziert und markiert, was du an den vier Ziehpunkten siehst, erscheinen immer rechts oben die Einstellungen zum markierten Element. Klickst du daneben, werden die Ziehpunkte und die Einstellungen ausgeblendet. Das ist bei jedem Feld auf dem Arbeitsblatt so. Egal ob Textfeld, Aufgabenfeld, Formen, Lineaturen und so weiter. Mit den Ziehpunkten änderst du die Größe einer Grafik oder eines Feldes. Mit gedrückter Steuerungstaste, bei Mac ist es die Command-Taste, markierst du weitere Bilder und kannst sie gleichzeitig in der Größe ändern und verschieben. Möchtest du ein oder mehrere Bilder auf einmal millimetergenau verschieben, dann drücke beim Verschieben die Alt-Taste. Du kannst auch die Alt-Taste halten und mit den Pfeiltasten auf der Tastatur arbeiten. Erscheint über einem Element die kleine Stecknadel, kannst du es damit frei drehen. Möchtest du ein Bild verzerren, deaktiviere Seitenverhältnis beibehalten. Markierst du ein oder gleich mehrere Bilder, kannst du den Zeichenstil auch in den Einstellungen noch ändern. Auch kannst du einen Rahmen samt eigener gewählter Rahmenfarbe einblenden, das gesamte Bild umfärben und auch die Ebene ändern, sowie das Bild per Klick im 90-Grad-Winkel drehen, spiegeln und, wenn nur ein Bild markiert ist, zuschneiden. Beachte bitte die eingeblendeten Hinweise, vor allem wenn es um Privatsphäre und Datenschutz geht. Denn das Bild wird nicht wirklich beschnitten. Du kannst es auch im Arbeitsblatt immer wieder vollständig herstellen. Die ausgegrauten Bereiche werden auf dem fertigen Arbeitsblatt ausgeblendet und sobald du neben das Bild klickst, wird die Zuschneiden-Funktion deaktiviert. Klickst du in den Auswahlbereich, kannst du den Ausschnitt verschieben. Du kannst das Bild jederzeit wieder in den Ausgangszustand zurückbringen. Sind zwei Bilder markiert, kannst du bis auf das Zuschneiden alle Einstellungen nutzen, wie bei einem Einzelbild. Sobald mehrere Bilder oder Felder ausgewählt sind, lassen sich diese auf Wunsch automatisch gleichmäßig an einer Kante ausrichten. Ebenso kannst du nebeneinander liegende Bilder und Aufgabenblöcke gleichmäßig horizontal oder vertikal auf dem Blatt verteilen. Gruppieren von Bildern und Feldern Mit einem Rechtsklick auf mehrere markierte Bilder kannst du diese gruppieren. Du kannst nun die Gruppe verschieben und in der Größe ändern. Die Gruppe bleibt so lange erhalten, bis du sie über einen Rechtsklick wieder aufhebst. Gruppen sind gerade bei komplexen Darstellungen nützlich, um versehentliche Verschiebungen zu vermeiden. Um nicht jedes Element einzeln mit der Tasten-Maus-Kombination zu markieren, ziehe mit gedrückter Maustaste das Auswahlrechteck über alle Elemente, die du gruppieren möchtest. Es muss jedes Element vollständig erfasst sein. Gruppieren lassen sich alle Felder. Aber es kann dabei zu Einschränkungen kommen. So kannst du eine Gruppe bei einem bestimmten Mix von Feldern und Bildern nicht mehr skalieren. Die Ziehpunkte werden zu diesen Winkeln. Beachte auch, dass du die Eigenschaften eines Bildes in einer Gruppe nicht mehr ändern kannst. Klicke hier, um mehr zu erfahren. Die Gruppe Aufheben kannst du mit einem Rechtsklick darauf. Du findest die Befehle auch immer im Menü Bearbeiten. Erst nach dem Aufheben einer Gruppe kannst du die einzelnen Elemente wieder bearbeiten. Zusammenfassung Wähle zunächst den Zeichenstil und ziehe das Bild auf das Arbeitsblatt. Bilder mit Paketsymbol und Lupe müssen zunächst zusammen mit dem Materialpaket geladen werden. Bilder aus einer Online-Datenbank kannst du direkt auf das Arbeitsblatt ziehen. Sounds lassen sich nur auf interaktive Arbeitsblätter ziehen. Du kannst Bilder auch direkt aus deinem Dateiordner auf dein Arbeitsblatt ziehen oder das Grafikfeld nutzen. Über die Ziehpunkte änderst du die Größe. Das geht auch bei mehreren Bildern gleichzeitig. Bei gedrückter Alt-Taste kannst du millimetergenau verschieben. Ist ein Bild markiert, findest du viele Optionen in den Einstellungen, die jeweils zum markierten Element eingeblendet werden. Bilder werden nicht wirklich beschnitten, du kannst sie immer wieder herstellen. Mehrere ausgewählte Felder kannst du automatisch verteilen und ausrichten. Mit einem Rechtsklick auf mehrere markierte Bilder kannst du diese gruppieren und eine Gruppe wieder aufheben. Arbeiten mit Texten in der Materialsuche und Hinweise zur Bibliothek. Viele Materialpakete aus der Materialbörse enthalten auch Texte. Alle Texte, die dir in der Materialsuche angezeigt werden, findest du auch immer in der Bibliothek. Ist der Button mit dem Paketsymbol und der Lupe aktiviert, werden dir auch Texte angezeigt, die du noch nicht geladen hast. Für eine bessere Titelübersicht ohne Vorschau-Text ändere die Ansicht. Nicht geladene Texte sind ausgegraut und du kannst sie nicht direkt auf dein Arbeitsblatt ziehen. Du kannst sie aber mitsamt dem Materialpaket direkt unten laden und installieren. Das funktioniert mit einem Klick. Um die Suche nach passenden Texten noch weiter zu vereinfachen, haben wir all unsere Texte kategorisiert. Jeder von uns verfasste Text ist einem der folgenden Typen zugeordnet. Lesetexte, Sachtexte, Versuchsanleitungen, Textaufgaben, Gedichte, Rätsel- oder Materialpaketanmerkungen. Du kannst den Vorschau-Text ein- und ausblenden. Alle geladenen Texte findest du auch immer in der Bibliothek, die du mit einem Doppelklick auf einen bereits geladenen Text öffnest. Sie bietet dir viele praktische Filtermöglichkeiten. Du kannst den gesamten Text überprüfen und auch nur Teilbereiche des Textes auswählen und in dein Arbeitsblatt übernehmen. Einen geladenen Text kannst du auch direkt aus der Materialsuche auf dein Arbeitsblatt ziehen. Jeder Text ist mit Schlüsselwörtern verknüpft, die dir unten angezeigt werden. Ein Klick darauf zeigt dir weitere Texte, die mit diesem Begriff markiert sind. Hast du einen Text gefunden und suchst passende Illustrationen dazu, kannst du über einen Rechtsklick zu dem Materialpaket springen, in dem sich der Text befindet. Ab der Version 2020.1 kannst du auch Sounds in interaktive Arbeitsblätter einfügen. Und wir haben dazu ein Materialpaket mit dutzenden Geräuschen, Stimmen und Soundeffekten veröffentlicht. Damit hast du nämlich jede Menge neue Optionen bei der Gestaltung von interaktiven Arbeitsblättern. Wie funktioniert das? Du brauchst mindestens die Version 2020.1 des Worksheet Crafter. Suche in der Materialbörse nach Alltagsgeräusche und installiere das Paket. Auch nach Sounds kannst du gezielt suchen und mit einem Doppelklick spielst du sie ab. Wenn die Soundansicht aktiv ist, kannst du den ausgewählten Ton über die Abspielleiste steuern, direkt in den Fortschrittsbalken klicken und in Dauerschleife laufen lassen. Die Wellenform gibt einen Überblick über die Länge und den Verlauf des Sounds. Die Balken geben Aufschluss über die Geräuschintensität zum jeweiligen Zeitpunkt. Durch das Umschalten der Ansicht kannst du die Wellenform auch ganz ausblenden und so viel mehr Sounds gleichzeitig in der Liste sehen. In ein normales Arbeitsblatt kannst du keine Sounds einfügen. Stelle also zunächst dein Arbeitsblatt über Datei, Seite einrichten auf Interaktivität auf Tablet um. Füge eine Überschrift oder Arbeitsanweisung ein. Jetzt ziehst du deine Sounds einfach rüber. Die Abspielleiste kannst du auf dem Arbeitsblatt für jeden Sound wieder einblenden, indem du auf den gelben Rahmen klickst. Bedenke, dass Sound- und Sprachausgabefelder auf dem fertigen Arbeitsblatt unsichtbar sind. Um deinen Kindern zu zeigen, wo sie tippen müssen, platziere zum Beispiel ein Bild in den Bereich. Fehle noch die Lösungsfelder mit den richtigen Antworten. Zusätzliche falsche Lösungen fügst du wie gewohnt in die Eigenschaften des Lösungsfeldes hinzu. Wenn dein Arbeitsblatt dann fertig ist, schickst du es an dein Tablet. Über Datei an Tablet schicken. Titel festlegen und hochladen. Die kostenlose App Worksheet Go öffnen, Code eingeben oder QR-Code scannen. Einmal antippen und schon kannst du über das Symbol mit dem Pfeil nach oben das Arbeitsblatt an die Tablets deiner Kinder verteilen. Eigene Sounds einbinden Ganz neu mit der Aktion Eulennest kannst du auch eigene Sounds in deine Materialsammlung hinzufügen. Der Flauschangriff von Alex M. Gastel mit Zeichnung von Lisa Heschel Im Moment werden nur MP3-Dateien unterstützt. Im Worksheet Crafter wählst du eine deiner Kategorien in eigenes Material und öffnest den Soundbereich. Jetzt erscheint die Schaltfläche Sounds hinzufügen, über die du deine Sounddateien in die Materialsammlung kopierst. Ziehe den Sound dann auf dein Arbeitsblatt. Bei großen und vielen Sounds gleichzeitig kann es etwas dauern, bis Deine Sounds und die Wellenform angezeigt werden. Lädst Du ein Arbeitsblatt mit eigenen Sounds in die Tauschbörse hoch, werden die Sounddateien unter Material mit unklaren Rechten mit Namen aufgeführt und müssen bestätigt werden. Damit die Größe eines Arbeitsblättes nicht aus dem Ruder läuft, verhandelt sich der Worksheet Crafter, wenn es die Größe von 20 MB überschreitet und blockiert den Upload ab einer Größe von 75 MB. Eine ausführliche Anleitung zu Sounds, interaktiven Arbeitsblättern und der Tablet-App Worksheet Go gibt es in unserem Video Worksheet Go – Interaktive Funktionen für Arbeitsblätter – Einfach erklärt Wir hoffen, dass wir Dir den Umgang mit der Materialsuche gut erklären konnten und sind bei Fragen gerne für Dich da.